Nun, viel fehlt nicht mehr. Trotzdem würde ich es am liebsten entfernen. Aber ja, aber ja. So, dann klau ich hier jeweils nochmal eine Tasche voll, damit die mehr Platz haben. Ähm, es dürfte auch eigentlich kein Problem geben hier. Ich muss hier noch die Kisten für den Festbrennstoff dransetzen. Ich habe keinen Einstecken. Ah, gleich. So. Es ist doch ein bisschen einfacher, hier den Festbrennstoff einfach reinzusetzen, als denn in dem Menü zu suchen. So. Gut, dann... ...einen Zug bauen. Und wo sind die Waggons? Hallo? Waggons? Da. So. Ein paar Züge würde ich trotzdem noch ganz gerne bauen. Oh ja, da fehlt Motor, Krams, Stahl, Krams. Da fehlt einfach alles. Zahnräder habe ich genug. Ja, der Stahl fehlt. So. So. Noch mal für zwei Züge ein paar Waggons. Und dann hier die Motoren. Oh. Gut. Das wollte ich nicht. Ach du heilige, wie viel habe ich denn da jetzt einsteigen? So. Okay. Das soll erstmal reichen. So. Also. das Eisen braucht ungefähr noch zwei Stunden. Na gut. 50.000, 60.000. Das ist sogar leer. Das auch. So. Dann würde ich trotzdem ganz gerne noch ein paar MK3-Erzförderer dahin stellen. Da fehlt mir Stahl. Und rote Schaltkreise. Dann laufe ich jetzt hier mal diesen Stahl ab. Klaue mir hier einen Haufen rote Schaltkreise. So. Äh. Stahlträger. Alles klar. Nehme ich mit. Ja. Gut. Da oben muss ich echt mal eine Mauer bauen. Das hilft nichts. Das Kupfer geht mir sonst wieder kaputt. Ähm. Ja. Gut. Oh. Okay. Dann die ganzen Türme hier mal wieder weg. Diese Masten hier alle weg. Einfach alles weg. Komm. Egal. Braucht keiner. Okay. 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 Gut. Wir werden hier ja richtig in Bedrängnis gesetzt, die Armtürme. Wie viel hat denn das Kupfer noch? Das ist doch das hier, oder? Jo. Noch eine Stunde. 40 Minuten. Naja, gut. Den Teiler hier kann ich mir sparen, da hier ja nur noch ein Kupfer hochkommt. Ja, und das werde ich dann auch mal ein bisschen umbauen. Aber zuerst hier. Hier. So. Mauer. Und... Türme. Okay. So, dann. Aha. Noch ein paar Bäume vergessen. Dann geht's hier weiter. Hier. Warum darf ich hier nicht? Dann halt da. Mauer. So, dann. Hier ein Masten. Mauer und Mauer. Und das noch ein Stück weiter. Damit hier auch noch genügend Schutz da ist. So. 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 Wir müssten ja eigentlich bald wieder von irgendwo die Aliens ausschwärmen. Wahrscheinlich von hier. Mhm. Was brauche ich denn für den 2000? Naja gut, ich habe genügend Materialien beisammen, um nochmal eine Rakete ins All zu ballern. Das soll jetzt nicht der Grund sein, warum ich die Forschung hier nicht machen könnte. So. Ach, ey je. Huh. Okay, passt. Sehr schön. Ähm. Neck. So. Ups. Gut, das müsste jetzt hier eigentlich ein schönes, volles Band geben. Ja. So. So, mal hier. 22.000, 26.000. Und... 40.000 Ach, der fährt doch ins Lager, ne? Dann springe ich halt unterwegs raus. Ach so. Bleib da mal bitte stehen. Ich mache hier nur noch eine kleinere Reihe. Auf beiden Seiten. Damit auch hier noch genügend Schutz da ist. Nicht, dass das gleiche wieder passiert und mir die Warenhäuser hier zerfressen werden. Da habe ich nicht wirklich Bock drauf. Fahr. Und dann nochmal eine Rakete losschicken, damit eben genügend weiße Forschungsfläschchen da sind. Oh je. Ich werde beraubt. Noch mehr? Vier Stück. Okay. Wie viele Roboter habe ich denn jetzt? Naja. Könnten vielleicht doch mal so ein paar hundert ins Netzwerk. Start. 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 Ach ja. So toll. Könnte ich vielleicht. Könnte ich vielleicht. nicht. Nee. Ich glaube das Ausbauen bringt nichts. Die grünen Schaltkreise kommen so ja kaum nach. Das sind doch alles gelbe, ne? Ja. Wie viele von denen habe ich denn jetzt wieder von den Geschwindigkeitsmodul 3? 29. 30. Oh. Hm. OK. 1300 muss ich noch eine losjagen auch man ja gut das hier läuft ja eigentlich alles also die fläschchen hier sind ja so gut wie voll die gelben also draht ist kein problem batterien könnten problem sein muss ich mal gucken also apropos batterien und öl habe ich tanks ja mehr als genug und das wird auch endlich mal wieder ordentlich benutzt mach du bringst es da rein gut hilfe und warum das ok es überrascht mich jetzt dass die schwefelsäure alle ist ist mir nur petroleum und wasser da sind unterirdische und hier noch mal zack dann halt etwas anders und da kann auf jeden fall ein solcher her so 340 60 380 400 passt wunderbar gut schweröl ist voll schmiermittel ist voll dann können die auch wieder ein bisschen festbrennstoff produzieren bis der schweröl leer ist so jetzt möchte ich ganz gerne mit dem ölzug zum öl fahren hm wo ist er denn komm fahr ich brauch dich hier wo bleibt er denn da ist er also irgendwie macht das öl da probleme ich habe auch schon eine vermutung naja mal schauen das werde ich ja jetzt gleich sehen was da los ist tanks habe ich punkten sieht gerade nicht so aus ne aber ich könnte zur not noch welche bauen so und das ist noch weg zack und zack dann unterirdisch hier und da und dann so so und dann so